Ach mit VINAP Aha Bei mir Will da irgendwie nicht speichern Keine Ahnung warum Doch Drum Drum Steam Steam Dynamo haben wir da Müsste aber mit Kohle betrieben werden Haben Irgendwo happen around you? Hast du grad die Meldung aufbekommen? Nö Komisch Was hast du für ne Meldung gehabt? Something weird happens around you Irgendwas ist um mich herum passiert Bestimmt weil ich die wieder geschlagen habe Ja wahrscheinlich Ach jetzt hab ich Speed und Slowness bekommen Ok Flimpfler macht irgendwelche Effekte Ok Alles du noch von dem Fläschchen was? Loll guck mal Hast du noch Fläschchen? Welcher rum? Du willst du doch n... Was für Fläschchen? Mit Spranch und so Achso ja hinten Da drinnen Da drinnen Ach hier durftest du ja nicht reingucken Das ist ein Spiel ja abgestürzt Ja Aber wer weiß ob das sich jetzt nicht geändert hat I don't know Äh Was haben wir denn hier noch drinnen? Me Cookie Brauchst du die überhaupt alle? Ne 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 ruhig Ich kann immer noch welche herstellen Hm Achja 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 Bei welcher Bei welche? Bei hell and nightmares Bei hell and nightmares Das äh sifthroof Wo die Spitzhacke mit drauf ist Nö Die hattest du nicht gemacht ne? Nö Okay Okay Komometer Matagonen Matagonen Oh Okay Null Null Eisenste So Okay Okay Hab ich gesagt Das crafte ich nicht Gut dann gehts beim Genetic Labo erstmal weiter für mich Dann mach mal Mutha 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 Da Ach du Arzt nicht Genetic Prozessor Den hattest du ja Dir genommen Und hoffentlich auch in die Kiste unten gepackt Weil Sonst Ah ah Keine Ahnung Was ich jetzt vergessen hab So Schön Hm Hm Genetic Du I Master 6000 Okay Duck Nehmen wir mit Mal gucken Dass da Auch gleich irgendwie Zinn herstellen Oder so Ich hab nur wie schnickst mir Mal gucken Centos Oh Da ist äh Centos rausgeflogen Keine Ahnung warum Disconnect Ja Centos ein Internet ist wieder im Eimer gewesen Macht nichts wir machen weiter Äh Genetics Wo sind wir stehen geblieben da Mutter gehen Den haben wir Jetzt brauchen wir noch Kupfer Wetstone Tipp ich mal alles Dann hab ich mal ein bisschen Ruhe von ihm Juhuuu Nein aber wir machen mal Was easy peasy weiter hier Das können wir rausnehmen Ich tipp mal das war Das brauchen wir brauchen hier Jetzt hinten vielleicht noch Da die Gears Äh Wetstone Und oben waren noch genau die Mh Schauen wir mal Mutter gehen Da fangen wir mal Den haben wir Jetzt brauchen wir einen Tank Da brauchen wir einen Glaspanels Die hab ich glaube ich nicht mehr Da hab ich glaube ich noch einen Ja Mal gucken Vielleicht haben wir noch irgendwo Ne haben wir nicht Aber ich hab Back Da hab ich Glaszone Da brauche ich Sechs stück glaube ich Für so ein Ding Ne nicht Braun sondern so Ja 16 Stück Einmal so Einmal rum Erstes Bauteil Super Dann würde ich sagen machen wir mal So Platz Das kann ja da hin Das brauchen wir zum Bauen Ähm Dann brauchen wir zwei Bronze Ingots Okay Bronze Ingots Habe ich da Eins zwei Die nehm ich mal mit Und Schmeiß verreißen Steck Ähm B Okay Eine goldene Druckplatte Proxe Eine Glaspanel Okay Machen wir erstmal eine Druckplatte Dann das Ein Panel Und Ach shit Eins zwei Eins Eins Ich weiß jetzt nicht ob Centos jetzt wiederkommt Der ist immer noch Disconnected Ich guck mal ob er bei mir per Whatsapp nicht geschrieben hat Ne Ich schreib ihn mal einmal kurz an Ah Ich wollte dich grad anschreiben bei Whatsapp Ach der PC ist ein Problem aufgetreten Es muss neu gestartet werden Eiii Mies Ich muss die Scheiße mal raussuchen und ausschalten Mhm Davon brauchen wir jetzt nochmal zwei Stück Eins zwei Und das Lied gefällt mir grad nicht Tschüss So Ähm Wiederherstellen Aha Aha Eins zwei Eins zwei Eins zwei Eins zwei Eins zwei Ich hab noch nichts verpasst Ich hab noch nichts fertig gemacht Ja Bei mir dauert das ich jetzt grad ein bisschen länger Äh Muss den jetzt machen Ja Wiederherstellen Okay Und Spur Äh Einen von den Den Dingern Und Powermodul Da bräuchts zwei Pistons Gold Die Gears Okay, haben wir Die Gears haben wir Zwei Pistons haben wir Gold haben wir im Momentar Und den Da So Dann können wir das so reinpacken Ja Du 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 Den haben wir Okay Jetzt kann ich die nicht weiter machen Jetzt müssen wir so lange auf Centos warten Weil sonst ist die Quest abgeschlossen und Centos hat sie nicht Ja Wie gesagt das kann etwas dauern jetzt Dann go 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 action Was können wir in der Zeit machen Energie erstellen haben wir wir haben Solar Panels oben Es gibt glaube ich auch keine größeren Solar Nee Gibt es nicht Mh Wir können ja mal schauen ME System Ob wir uns nicht so ein Satch Ding hier bauen Das könnten wir eigentlich immer machen Da brauchen wir ein Farm Gear Ich glaube ich habe irgendwo noch so ein Minecraft Buch Da habe ich das irgendwo sogar drin stehen Wie das funktioniert Schauen wir mal eben Ja ja ich habe da Immer irgendwas drin stehen Wie ich mich kenne Ich da immer die Hälfte vergesse wie ich mich kenne Da habe ich mal irgendwo aufgeschrieben wie das aufgebaut werden muss Aber hier ist es nicht drinnen meine Damen und Herren Hier auch nicht Da könnte es noch drin sein Dün Dün Da ist es Da ist es Nee Oder Nee das ist der Reaktor Schade dass es keinen Reaktor gibt Ja Nee hätte ich schon längst gebaut Ja Nee Muss ich mal googeln Wie man das mal so ein Gear Ding baut Wie was man da braucht Ich glaube braucht man so eine Gearbox Oder eine Farm Farm Satch Das war glaube ich für für Sicherheit Eine Satch Aber dafür Ja ich glaube wir brauchen gar nicht so viel Nee wieso nicht Wollen wir so einen Block Davon haben wir doch glaube ich irgendwie paar Aber wo sollen wir das denn aufbauen Das ist natürlich strange Von den Sanddingern so viele Ich glaube nicht dass wir die anderen Gemeinsam nutzen können Da haben wir auch noch so viele Vielleicht Okay das System ist abgegangen Schauen wir mal ob beim System noch was Äh Wollen wir das Ding kein Strom mehr Welches? Hast du da eine Zelle abgebaut? Achso du hast die Zelle abgebaut okay Nee ich hab das Kabel abgebaut Nee nee eine Zelle fehlte da oben Hier haben wir noch Boah da haben wir noch genug von Dann nehmen wir die mal raus Ah hier Controls Control Äh Die brauche ich nicht Gear Hatch Vielleicht finden wir noch Das haben wir glaube ich alles Warte mal die Fackeln können wir mal eben auffüllen Schauen wir mal Vielleicht können wir irgendwo was noch mitnehmen Sticks Ich glaube so eine Zelle brauchen wir auch Da hätten wir alles mitnehmen können Da haben wir auch noch so Ding okay Blaze what Vielleicht wird Spawner Kuma schon Okay ja Da reicht jetzt mal das Rest Brauch ich jetzt mal wieder ab das Kabel Wie? Die häng ich daneben dann passt das schon Dann bräuch ich die nicht nutzen dann nutzen wir den Ich glaube das konnte man dafür verwenden aber wie es funktioniert weiß ich nicht mehr Haben wir noch Sand? Ja wir haben Sand und was super Wir haben noch die Blöcke Wir haben noch die Blöcke Schauen wir mal dass wir irgendwie uns was bauen Irgendwo Alleine in Mexiko PVC Brocentus A questo ist eine wo oder